Ich denke die ganze Zeit daran, wie man von Bergen fliegen kann, muss ich zugeben. So, ähm... Ich will die ganze Zeit einfach weiter von Bergen fliegen. Ich will hier gar nicht in Höhlen rumhängen. Klingt blöd, aber naja. So, Erde kann ich keine mehr mitnehmen, alles klar. Ich würde sagen Sandstone, Limestone. Habe ich Limestone schon wieder da drin? Nein. Zwei Dirt, zehn Andesid. Egal, komm. So, wir nehmen weiter hier mit. Und zwar... Hier so. So. Pfff, Alter. Ich will ja gleich wieder raus. Nein, was? Ach so, das ist immer noch dieselbe Höhle hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube, ich würde gleich wieder gerne raus, weil ich meine, wir haben erstmal genug. Würde ich vermuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde vermuten, wir haben erstmal genug von dem Zeug. Und das macht mich langsam echt dröge. Genau wie der Tunnelbau. Ich habe, als ich am Tunnel gebaut habe, Alter, ich bin irgendwann so... Und die Augen immer so... Und du wirst irgendwann so paralysiert einfach von dem Ganzen. Wenn du immer noch das Gleiche machst, so hier einfach plock, plock, plock. Du bist irgendwann so weggetreten und paralysiert. Da kannst du gar nicht mehr, da kannst du gar nicht mal moderieren, da kannst du gar nichts mehr sagen. So, die Kohle holen wir uns noch, würde ich sagen. Das mache ich. So, und vielleicht... Das hier noch. Kann ja nicht schaden. Das da auch noch. So, hier noch. Und natürlich hier noch. Ach, hör auf. So. So. Oh nein. Egal. Repertiere ich später. Ich glaube, wir haben noch einige davon. Da bin ich ein bisschen zu gierig geworden. So. Nee, 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 nee. Ich glaube, das reicht, ehrlich gesagt, das reicht auch wirklich langsam. Sagte er und hörte nicht auf. So. Oh, ich kann kein Eisen mehr mitnehmen. What the fuck? Sandstone weg. Ander sieht weg. So, Eisen geht immer. Und das geht... Das sollte eigentlich immer gehen. Bauenfossil brauchen wir nicht. So. So, scheiße. Wie komme ich jetzt hier raus? Wo ist denn überhaupt... Wo sind denn die Gleise? Hallo? Wo, wo, wo komme ich jetzt wieder zu den... Ah, Gott sei Dank, hier. Okay, wir haben hier ein bisschen was gedamaged, glaube ich. Das sieht man daran, dass es hier irgendwo nicht reingeht. Das müsste eigentlich... Guck mal, hier. Hier gehen die Dinger rein und hier müssten sie auch wieder reingehen. Die habe ich gerade gedamaged. Aber das mache ich dann... Das mache ich später. Wir haben... Ein paar von den Schwarzen. Ich glaube, die reichen hoffentlich erstmal. Und dann fahren wir gleich mit dem Mine... Doch, wir haben Minecats dabei. Gott sei Dank. Boah, Alter. Weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir das schon dabei haben. So, huch. So. Einfach nur, weil wir noch jede Menge Eisen brauchen werden. Jetzt aber schnell wieder zurück. Aber ganz schnell. Halt! Was ist das? So. Boah, Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Dieser Tunnel macht mich fertig auf Dauer. Der macht mich echt fertig. Weil du halt stundenlang... ...gräbst und gräbst und gräbst du nur aus. Und du gräbst nur aus. Und gräbst nur aus. Es ist einfach so... Es ist zermürbend. Das ist das richtige Wort. Zermürbend. Das ist wie so eine Knastarbeit. Weißt du, wo die ganze Zeit mit so einem kleinen Hämmerchen... Ähm... Wo du mit so einem ganz kleinen Hämmerchen immer auf so einen Riesenstein... So plink, 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 plink... Bis das ganze Ding zu kieseln ist. So. Wo sind die Power Rails? Power Rails! Da sind sie. Alles klar. Ich mach 10 Kreuze wenn der Tunnel fertig ist. Bin ich ganz ehrlich, mach ich 10 Kreuze. So. Dann auf. Äh, hallo? Jotzer Dank. Nächste Station. Tiergarten. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Zugestiegen und Vorsicht bei der Abfahrt. Nächste Station. Kaufhaus Tengelmann. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Kaufen Sie jetzt unsere Monatstickets. Krrscht. Dieser Zug fährt mit 5 Minuten Verspätung. Technischer Defekt an den Gleisen. Krrscht. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Endbahnhof. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Oh Mann. Ich sollte hier zubauen. Ist süß, dass der da landet. Aber ich sollte da zubauen. Haa, okay. Ausgestiegen. Das Problem ist, bis die ganze Scheiße mal gebrannt ist. Uff. Bis die ganze Scheiße mal gebrannt ist. Boah. Ich frage mich gerade, wenn der Tunnel fertig ist, wie lange dauert es eigentlich, bis man einmal mit dem Minecart durch ist. Wie lange dauert das dann? So, jetzt wird's wieder laggy. Wir nähern uns dem 10 FPS Haus. Ich wieder beruhle mich da sehr gerne. So. Hallo. Ihh. 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 Ä всем. Puh. Pipúpapu. Vielleicht geh ich mal ein bisschen burnen. Ich geh mal ein bisschen burnen. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn... Sag mal. Das Schwein, ne? Basson? Ja Du weißt genau, warum ich schimpfe Du weißt genau, warum ich schimpfe Runter mit dir Wie oft muss ich dir das noch sagen Dass du nicht mit deinen Schweinsfüßchen auf die Arbeitsplatten gehst Das macht er jedes Mal, wenn ich hier herkomme Jedes Mal hängt Passant Oh, jetzt bin ich selber draufgegangen Entschuldigung, schlechtes Beispiel Jedes Mal hängt Passant hier mit seinen komischen Hufen Immer auf der Arbeitsplatte Runter da Ich weiß, du guckst gerne raus Aber dann kannst du gerne hier vorne, wo kein Geländer ist Ich hab keine Zeit dafür Passant, wenn ich runterkomme, bist du da weg So, hier ist er noch am Burnen Was macht er hier gerade aktuell? Ah ja, immer noch Immer noch Stein Oh, äh Wie krieg ich denn das jetzt? Ähm Das muss ich gleich alles wegräumen noch Einschmölzen Ähm Marble Ach, warte mal Marble kann ich ja gleich loswerden Und Salz auch Passant, ich komm jetzt runter Wenn, halt, ich komm jetzt, ich komm jetzt rund Hallo, ich bin zu fett für das Loch Zeig mir einfach seinen Arsch, ey, dieses Schwein Das ist so ein Schwein einfach So, Baumiel, zack Oh, aus Versehen, hab ich ihn aus Versehen gerammt Ja, du weißt wofür Komm da runter Jetzt komm da runter Da komm da runter Ich häute dich Lässt dich nicht beeindrucken Was ist das hier eigentlich, wieso hab ich Gras dabei? Ich hab keine Ahnung Ist das nicht illegal? Ich schmeiß mal kurz ein paar Sachen weg Und ein paar Sachen durchs Rohr Wobei, ich guck mal ganz kurz Na, ich schick dir mal durchs Rohr Gleich wird's richtig rucklig Deswegen mach ich mal eben folgendes So, ich nutze die ganz kleine Pause mal eben Und, äh, trinke mal was Das mach ich mal Wollte ich schon vor Stunden machen Hat ja gut geklappt So, warte Boah, Alter Entschuldigung So, es ist immer sehr rucklig Wenn ich hier was einsortiere Weil das durch diese 5, 6 Etagen unten läuft Ähm, war das da unten Das Lagesystem ist sehr übertrieben Das war das Einzige, was ich löschen musste, ne? Oder? Ach, nee Obwohl, Chalk kann ich noch einsortieren Was soll ich hier noch? Gravel brauche ich Limestone Andesit kann weg Diorid kann weg Ähm Greenchist kann weg Das brauchen wir nicht Gravel Äquilit kann auch weg So Gut Diorid Greenchist Andesit Da kommt alles weg Äquologite Und Limestone Das kann alles weg Chalk Ja, was soll's kommen Oh Wo nimmt das Gar nicht Dann sortieren wir Chalk ein Ich glaube, da haben wir noch nicht so viel von So Silestone kann weg Gravel würde ich gerne einsortieren Wenn ich ehrlich bin Weil Gravel werden wir noch brauchen Für Zement Ähm Und die Dinger hier können wir gleich noch einschmölzen Ich glaube, dann haben wir's Ich glaube, dann haben wir's Mh 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 Ach komm, Silestone Die zwei Stück So Und Gravel Fliegt dann hier auch gleich mal durch Jut Dann trinke ich nochmal schnell was Entschuldigung, wenn ich gerade eine Minute trinke Mh 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 So So Jetzt aber Ist der immer noch nicht fertig Wofür bezahle ich denn hier eigentlich So Dann mach ich mal ganz kurz hier Black Granit Lalalala Das kann man alles dann oben in die Kiste schmeißen Mehr kriege ich gerade nicht unter Den Rest unten einschmölzen Müssen nur kurz hierauf warten Wenn das durch ist Wirds wieder Wirds wieder äh Dingens Dann wirds wieder schneller Lala Laaaa Laaaa ladaaaa laaaaaaja Daaaah 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 Oh! Marble passt nicht mehr rein und Zäune offenbar auch nicht! Okay, krass! Haben wir kein... Ist Marble... ist Marble unten schon voll? Marble Madness Passt ja auch grad gut zum Song So, zeitenmäßig meine ich Ähm, so hier Knochenmehl und jetzt gehen wir kurz brennen So Ich geh brenn Ich brenn Granit Ich brenn so hart Ich brenn jeden Sheet Oh, was ich brenn Cobblestone, Cobblestone Burn Burn, Burn Bricks, 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 Bricks Alles klar Und wir können hier noch ein 64 Stack Kohle reinschmeißen Wie viel haben wir hier noch? Oh, eine einzige Kohle nur noch Na, dann wirds ja auch Zeit So, der macht grad noch dat da Burn Burn So, zack, zack Kohle kommt da oben hin Ach, die 18 Flint, die können natürlich auch noch weg Ähm, Minecart kommt hier hin Dann hier, zack, 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 zack Na Na, dann wird aber jetzt noch was zu tun haben Cobblestone, das sind alles schon Bricks Zack, 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 zack Bricks Burn, 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 burn Ich glaube, das werden genug sein Allerdings, müssen wir noch vorher warten, bis das hier durch ist Oder, oder, oder burnt der jetzt schon los Nö, der burnt erstmal diese Dinger Ach ja, stimmt, klar, die kann er auch schon mal durchsausen lassen Sausen, so ein schönes Wort Ähm, Stone Ok, das wird 100 Jahre dauern Das wird noch 100 Jahre dauern Sag mal Das ist Schwein, ne, das macht mich fertig Das macht mich fertig So, ich pack da mal kurz Sachen weg Mh La dam 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 La da dum 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 Okay, hier ist voll Deswegen brauchen wir dringend den Taumturm Da wird immer mehr Kisten, mehr Inhalt, mehr Kram Ähm Und 18 Flints Wir haben langsam so viele Flints Die haben noch Refind, das ist auch Refind Ok, das behalten wir aber trotzdem mal Ähm, das hier ist nicht Refind, das ist normal Alles klar, ich nehm beide Sorten mit Kohle kommt auch hier rein, 50 Stickys da oben Na, was soll's Und unsere Spitzi Die müssen wir noch mal irgendwann Da freu ich mich schon mal drauf Mit Lapis Lazuli So, Cinema, äh, Cinema Ore Das kommt wahrscheinlich erstmal hier rein Flups Ich würd sagen, wir machen so einen Tinkerschmied in dem anderen Ding Da machen wir uns auch noch ne Tinkerschmiede Da machen wir uns auch noch ne Tinkerschmiede Also in dem Taumturm machen wir uns auch noch ne Tinkerschmiede, oder? Ich bin mir nicht sicher Aber die würde vielleicht ganz gut da rein passen Bin mir nicht sicher So Ähm Ähm Dann würd ich sagen, Iron Ore Go Copper Ore Kann ich Copper Ore machen? Ich glaub ich hab da sonst nix drin Ah, ist Bronze schon drin Alles klar Dann muss ich die Bronze erstmal ab Erstmal abschmirgeln Das heißt, ich pack Copper Ore erstmal hier oben rein So, zack Wo pack ich die Lillipads eigentlich hin und die Rüstung Alter Mein Arsch tut so weh vom Rumsitzen hier Oh Gestern 7 Stunden Dishonored 2 Und heute Knapp 7 Stunden Minecraft Uhuhuhu So Ok, Granite Hammer Hier drin noch irgendwas, die kommt da runter Ähm Hier haben wir noch Iron Chest Plate und Wading Boots Ich weiß gar nicht, warum wir Ich hab keine Ahnung, warum die haben So Egal Was machen wir mit den Lillipads? Ich wollte noch eine Sache machen Ich wollte nicht diese Schaufel hier machen Sondern Ich wollte Wenn ich mich Den Crossbow, da hätte ich auch Bock drauf So einen Crossbow zu machen Aber erstmal Was sind das? Shizzle Ah, cool Ähm Javelin Das sind Crossbow Bolts, ne? Bolt Core und Fletching Ok Weiß gar nicht, was das Fletching ist Ähm Ähm So, warte ganz kurz Ding 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 Hammer Das ist der normale Hammer, den wollte ich ja nicht Ich wollte glaube ich den Javelin oder wie der hieß, ne? Ne, den Excavator Ja, natürlich den Excavator Den Excavator wollte ich natürlich Mhhh Dafür brauchen wir Einen Hammerkopf Die beiden Sachen haben wir schon Die drei Sachen haben wir schon Wir brauchen noch einen Hammerkopf Den Hammerkopf kriegen wir doch hin If I had a hammer A hammer in the morning Wo ist denn der? Da Das Ding müsste es sein Hoffe ich zumindest Ich weiß es nicht genau So, dann brauchen wir noch Steine aus der Kiste Steine haben wir hier oben drin Zack, zack, zack Das Ding kommt hier rein Mups Dann können wir hier mal eben schnell den Hammerkopf herstellen Stein So Das wieder rüber Boah, das ist so umständlich immer am Anfang Äh, dann das hier rüber Und dann gehen wir mal ganz kurz Haben wir, ist hier Gold drin? Gold ist drin, alles klar So Dann pack ich das hier mal ganz kurz rein Dann Das Blatt brauche ich Äh, die Schere brauche ich glaube ich gerade gar nicht, ne? So Stone Excavator Head Sehr gut Das ist das Richtige Ähm, dann würde ich sagen Obwohl das Goldene Ich bin so doof Das Goldene Ding kann ich eigentlich gleich drin lassen Ich fang schon an zu sabbern So Das Ding Wir haben keinen Platz mehr hier drin Fuck Die Dinger können eigentlich alle weg Die brauchen wir Diese Steindinger brauchen wir glaube ich alle gar nicht Die Steindinger brauchen wir glaube ich alle gar nicht Wir müssen jetzt auf Eisen gehen Also müssen nicht, aber Schöner Effekt hier gerade mit dem vielen Eisen Wird gerade noch eingeschmulzt Und dann würde ich sagen Hammerhead Hallo? Wie brauchen das? Wie viel das braucht Alter Schwede Ich mach mal folgendes Ich nehm mal ganz kurz Diese Dinger hier nehm ich mal kurz raus Ne? Diese Stone Sachen, die brauchen wir ja wirklich gar nicht Das hier schon eher Aber diese ganzen Stone Geschichten Die Vorlagen brauchen wir ja nie wieder Stone Tool Rod Stone Excavator Die können wir alle wegschmeißen Kommt alles weg Brauchen wir nie wieder Iron Tool Rod Oh da hatten wir noch was Haben wir noch was übrig? Cool Ähm Stone Stone Bolt Stone Bolt Wie sag ich ein Stone Bolt? Aber ich habe kein Dingens davon gemacht ne? Ok den lasse ich mal gerade drin Den Rest haben wir aber alles schon hier ne? Stone Ex, Pipapo Ex Headcast Ja ja easy Komm haben wir alles So zack Ok Ok Wir brauchen Warte mal erstmal Ich schmeiß mal kurz den Kappes weg Damit der uns nicht auf den Sack geht Sooo Sonst haben wir zu viel Krempel Hallo So So Das kommt alles in den Neta Und dann ist weg So... Dann einmal kurz hier rüber und dann machen wir... Ich mach jetzt mal den Excavator und danach ähm... Ich weiß gar nicht, was wollen wir denn danach überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, was wir danach überhaupt noch alles machen wollen Ich hab keine Ahnung Es gibt so viel momentan auf der To-Do-Liste Ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll, ehrlich gesagt Ähm... Ich geh mal ganz kurz gucken Für das Ding, der Excavator Für den brauchen wir Das komische Gesicht, ein großes X und einen großen Strich So... Das Gesicht... Großes X, großen Strich So... Das Ding haben wir Das Gesicht So... So... Den großen Strich Den Strich haben wir jetzt auch Und jetzt noch das große X So... So... Ah... Geil... Geile Scheiße... Huch... Huch... So... Meine lieben Freunde... Dear Friendos... Dann gucken wir mal... Der Excavator... Geht in Arbeit... Zack... Zack... Und... Zack... So... Ähm... Wie nenn ich den denn mal? Wie... Wie... Wie nenn ich den mal? Excavator... Äh... Pfff... Der kann viel Erde wegheben... Es ist ne Schaufel... Wie nenn ich die mal? Spanky... Die macht Dreck weg... Also die macht Dirt weg... Ähm... Butler... Pressluft... Ja... Presslufthammer ist es ja nicht... Naja... Ich glaube... Ich glaube das... Ich glaube das passt irgendwie... Oh... Boah Garoa... Ja ich kann super schreiben... Alter... Hier... Mein Baggerpartner... So... Das ist mein Baggerpartner... Und ich würde sagen... Wir... Damit es noch ein bisschen schneller geht... Wobei ich trau mich das gar nicht... Beim Baggerpartner zu machen... Wir könnten jetzt auf dem Baggerpartner... Theoretisch ein bisschen... Ein bisschen... Alter... Larmarsch... Das ist ein Traum... Es liegt am Regen glaube ich gerade... Muss gleich mal schlafen gehen... Wir könnten jetzt tatsächlich... Ein bisschen... Äh... Dingens drauf machen... Ein bisschen Redstone... Dann wird es noch schneller gehen... Lapis war Glück... Okay... Lapis haben wir draufgekommen... Wir brauchen dringend Lapis Lazuli... Wir müssen vielleicht mal eine... Lapis Lazuli Reise machen... Damit wir noch mehr Glück haben... Auf unserer Glücksspitzhacke... Das wäre eigentlich auch ganz cool... Hm... Was ist das hier? Was ist das für eine Maske? Und das da... Dieser Rucksack... Was ist das? Ich will es nur wissen... Hier gibt es bestimmt auch eine Tasche... Oder sowas dann... Und was macht die? Da... Knapsack... Hold your things... Was macht der Knapsack? Iron Tough Rod... Sechs Leder... Oh... Ich muss Leder... Ich muss Leder... Ich muss Leder auch noch machen... Ich muss Leder machen... Okay... Und was ist das für eine komische Brille? Den Handschuh haben wir jetzt... Und der hat gut funktioniert... Wie wir gesehen haben... Ich glaube... Ich glaube wir waren relativ schnell mit dem Dampfhammer unterwegs... Ach... Hier sind die Travelers Boots... Sieh mal eine an... Ehm... 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 Paper Stack... Ganz großartig... Was ist das hier? Silky Clothes... Ehm... 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 Ball of Moss... Mossy Stone... Ehm... Ehm... Ähm, wir haben hier... Jute Fiber. Wie war dat denn nochmal? Ach scheiße, wie war dat alles nochmal? Ähm, Burlap. Aus vier Jute Fiber, alles klar. So, dann kriegen wir ein bisschen Burlap. So, zack! 16 Leder haben wir dann wieder. Ähm, nim 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 nim. Ähm, ähm 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 ähm. Wir brauchen noch zwei von den Stangen, halt. Knapsack. Wenn wir schon beim Ausrüsten sind, dann bleiben wir dabei. Wir brauchen zwei Stangen und einmal Gold Ingott. Ein Goldingo. Goldingo haben wir nicht dabei, ne? Ne, aber können wir hier nehmen. Wie viel haben wir denn noch? Nicht mehr so viele, wir müssen dringend Gold sammeln. So. Ich mach da nochmal zwei Stängelchen. Das müssten ja diese hier sein. So. Ich weiß nicht genau, was der Knapsack macht. Ich hab keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken. Da, 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 da. So. Jut. Okay. Pack ich wieder hier rein. Okay, dann craften wir uns das Ding mal gerade. Kann ich das nicht auch hier drin craften? Das müsste doch eigentlich gehen. Knapsack. Zack. Okay, geht nicht. Ah, wahrscheinlich Refined Gold. Okay. Äh. Ich hab noch keine Ahnung, wie wir auf das Ding zugreifen. Bin ich ganz ehrlich, ich hab noch keine Ahnung, wie wir das machen. Knapsack. Hold your things. Refined. Sehr schön. Ähm. Dann machen wir das Ganze jetzt hier drauf. Okay. Wie. Dann machen wir das actually.